Liebe Seher der Medienmanager-Redaktion, heute wieder ein ganz besonderes Thema, nämlich Online-Marken-Design und die Frage dahinter, wie Online-Marken-Design gelingt. Und dazu habe ich einen Experten eingeladen, den Stefan Schindele, der wird uns heute zu diesem Thema einiges erzählen. Und für viele spannendes Thema, weil obwohl ja sehr viele online sind, heißt das noch lange, dass sie tatsächlich als Online-Marke erlebbar sind. Aber zuerst einmal zu dir, lieber Stefan, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne, ich würde sagen, springen wir rein ins Thema, aber bevor wir das tun, erzähl uns mal, wer ist denn Stefan Schindele? Erzähl uns einmal ein bisschen was von dir. Also Stefan Schindele ist bei der A1 Telekom Austria Group hier in Wien, wichtig in der Holding und hier fürs Markendesign und für die Markenstrategie für sieben Länder zuständig. Davor bin ich rumgegondelt durch diverse Agenturen, beim Demner war ich mal, dann Branding-Agenturen bei der DMC und habe da so meine ersten Marken- und Telekommunikationskontakte gehabt. Vielleicht erinnert man sich an One. Also ich bin eigentlich die letzten 30 Jahre in der Kommunikations-Werbemarkenszene rumgegondelt. Ich bin jetzt seit sieben Jahren hier, war die ersten zwei Jahre in Kroatien und seit fünf Jahren in der Funktion, in der ich jetzt bin. Sehr schön. Das heißt, ein alter Hase in der Branche, kann man sagen. Alt, alt. Ist auch nicht schlecht. Konsumentinnen holen sich ihre Informationen für Kaufentscheidungen in einem großen Ausmaß aus der digitalen Welt. Das heißt, die Notwendigkeit, da verankert zu sein als Unternehmen, wächst. Man kann es nicht mehr wegdiskutieren, schon lange nicht mehr wegdiskutieren. Man sollte tunlichst dazugehören und zwar nicht nur mit seinem Angebot, sondern auch als Marke. Und dazu habt ihr ja mit der Strategie Austria eine Konferenz gehabt und dazu gibt es auch von deiner Sicht einiges zu berichten. Erzähl mal, wie siehst du das Thema? Wenn es nur das wäre, dass die Konsumentinnen sich Informationen holen, wäre es ja relativ einfach. Ich glaube, der Punkt ist der, dass einfach mittlerweile in der Kommunikationswelt, aber auch in all dem, was man mit Marken oder Anbietern macht, alle digitalen Kanäle unerlässlich sind und funktionieren müssen. So, man kann sich vorstellen, jetzt sind wir eine Telekom, das heißt, wir haben außer einer Website und digitaler Werbung und einer eigenen App und sozialen Medien und Newslettern, ich kann die Liste noch ziemlich lange fortsetzen, müssen wir all diese Kanäle bespielen. Und ich glaube, dass wirklich der kritische Punkt oder der Punkt, an dem man arbeiten muss, ist, wir wissen alle und sind davon getrieben, dass die UX gut funktioniert und dass die Oberflächen einfach zu bedienen sind und dass man sich überall zurechtfindet, was dazu geführt hat, dass sehr viele Dinge sehr gleich aussehen. Und jetzt kommt natürlich der Markenmensch oder der Werbemeter, der sagt, ja, wie kannst du das machen, dass es dennoch eine gewisse emotionale oder ästhetische Eigenheit hat. Weil, machen wir uns nichts vor, so gut die unterschiedlichen Uber, MyTaxi oder sonst irgendwelche Apps funktionieren, sie schauen alle gleich aus. Und ich glaube, dass das in den letzten Jahren ein gewisses, wenn auch durchaus berechtigte Bewegung war, dass man alles optimiert hat, optimiert hat, optimiert hat, aber die Charaktere der Marken darunter gelitten haben. Beispiel, ein Beispiel aus dem Vortrag, da bin ich schon fertig. Man soll sich mal die Entwicklung der Logos der großen Unternehmen, Warner Brothers, Mercedes, Audi, anschauen, die vor vier Jahren oder vor fünf Jahren noch wundervolle Gloss, sie leuchtende, dreidimensionale Logos hatten und plötzlich haben es alle gemeint, sie müssen nur noch flach und zweidimensional sein. Also dieser Flachtrend war so eine Erscheinung. Und ich glaube schon, dass man da ein bisschen genauer darauf schauen muss, wie man sozusagen seine Eigenheiten als Unternehmen trotzdem trotz dieser Usability noch bewahren kann.